Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspieler, willkommen bei meinem neuen Video. Ich melde mich zurück aus meiner unangekündigten Sommerpause. Es lagen Hochzeiten dazwischen, es lagen Konz dazwischen, es lag unsere erste eigene Kon dazwischen und natürlich auch die ganze Last-Minute-Vorbereitung. Das heißt, ich war die letzten zwei Monate seit meinem Drachenfest-Video im Grunde. Durchgängig, busy, auch mit einem neuen Job und so. Aber jetzt geht's wieder los und ich würde sagen, heute reden wir mal darüber, was ich dieses Jahr gelernt habe. Für mich hat sich dieses Jahr wirklich sehr vom letzten Jahr unterschieden. Ich spiele jetzt meine Bardin Cassandra ja eigentlich auf jeder Con und dieser Charakter bringt mir unglaublich viel Spaß, aber ich habe auch einige Sachen gelernt dieses Jahr. Man lernt ja nie aus und auch dieses Jahr sollte ich in einigen Bereichen belehrt werden. Fangen wir mit dem ersten an und zwar Essenskalkulation. Und ja, ich glaube, ich werde es wahrscheinlich niemals hinkriegen, aber es wird auch für nächstes Jahr wieder ein To-Do für mich werden, weniger Essen einzukaufen. Eigentlich höre ich das von allen Gruppen, Einzelpersonen, whatever, die auf LARP fahren, die sagen, hey, ich habe immer viel zu viel Essen dabei. Fazit war, wir hatten wieder viel zu viel zu essen. Denn bei uns ist dann meistens doch so, gerade als Baden, dass wir immer mal wieder irgendwo eingeladen werden zum Essen. Oder man kann sich was in den Food-Bereichen der Großcons zum Beispiel kaufen. Das heißt für mich auf jeden Fall, nächstes Jahr werde ich anders kalkulieren und noch weniger Essen mitnehmen, vor allem auf die Großcons. Denn gerade da hat man ja die Möglichkeit, in den Food-Bereichen noch mal irgendwie imbissmäßig irgendwie Burger oder Spätzle oder whatever zu holen. Dementsprechend werde ich mir nächstes Jahr an die Nase fassen und weniger Essen einkaufen. Der zweite Punkt beinhaltet tatsächlich, wie ich meine Wäsche richtig trockne. Ja, die Großcons dieses Jahr waren ziemlich nass, wobei wir auf dem Drachenfest ja noch relativ verschont wurden. Es gab einen so einen richtigen Regentag und leider hatten wir auch ziemlich mit Matsch zu kämpfen. Aber im Gegensatz zum Conquest war das ja wirklich Urlaub. Ich, und das kann ich euch auch empfehlen, habe immer mindestens ein Paar Wechselschuhe dabei. So auch dieses Mal, deswegen war es kein Problem, was dann später passiert ist. Aber meine Schluppen, die ich für Kassandra habe, die wurden natürlich relativ schnell nass. Und ich dachte mir, hey, ich bin clever, wenn wir an der Feuerschale sitzen, stelle ich sie einfach an den Rand da drunter und dann werden sie schon trocknen. Das taten sie auch. Ich habe sie nur aus den Augen verloren und irgendwann sind sie verbrannt. Und ja, sie waren aus Leder. Das heißt, sie sind schön zusammengeschmolzen, zusammengekrumpelt und ich konnte sie danach wegschmeißen. Deswegen Memo an mich. Keine Schuhe unter die Feuerschale stellen beziehungsweise wirklich ein Auge drauf haben, die fünf bis zehn Minuten da drunter stehen lassen, immer mal wieder gucken und dann auch wegnehmen, sich nicht ablenken lassen. Denn in meinem Fall war es nicht ganz so traurig. Wie gesagt, ich hatte noch ein anderes Paar Schuhe dabei und die Schuhe, die verbrannt sind, waren zum Glück nicht so teuer. Aber schade ist es dennoch. Und wir bleiben für Nummer drei gleich beim Gewandungsthema. Und zwar werde ich mich nächstes Jahr an kompliziertere Gewandungsprojekte trauen. Ich habe damit dieses Jahr schon angefangen und ein bisschen meine Angst verloren, denn ich habe mir zusammen mit meiner Freundin Hippe eine Hose genäht, beziehungsweise hat sie mich da wirklich arg unterstützt, wo ich mega glücklich drüber bin. Ich habe nämlich einen historischen Schnitt ausprobiert und den quasi auch perfekt an meinen Körper angepasst mit dieser Frischhalte-Klebemethode, wo man sich komplett einwickelt, das ausschneidet und dann quasi das perfekte Schnittmuster für sich hat. Wir haben die Hose ein bisschen weiter gemacht und das spürt man leider auch. Aber man muss sagen, diese Hose ist die bequemste Hose, die ich jemals hatte auf Lab, weil sie mir eben so gut passt. Also weil sie an meine Proportionen angepasst ist. Sie zwickt nirgendwo. Ich muss sie ein bisschen enger schnüren. Das heißt, da kommen noch rundherum Neste-Löcher rein, damit ich ein Band durchziehen kann. Aber ansonsten bin ich da richtig happy mit. Und ja, ich bin extrem verzweifelt zwischendurch. Aber dadurch, dass das Ergebnis so gut geworden ist und ich mich in dieser Hose so wohl fühle, hat es mich ein bisschen getriggert, aber auf eine positive Weise. Nächstes Jahr einfach noch ein bisschen mehr in Richtung kompliziertere Projekte zu gehen und da keine so große Angst vor zu haben. Kommen wir zur Nummer vier und da gibt es tatsächlich eine Art Übergang vom Ende 2022, wo ich ja das erste Mal eine NordicCon besucht habe. Quasi übergehend in dieses Jahr, weil ich ja mehrere Kooperationen hatte. Ich verlinke euch die Videos auch noch mal unten. Das war einmal das Nebel über Innsmouth, also ein Cthulhu-Lab. Es war ein Mafia-Lab mit dabei und ein Regency-Lab, also à la Jane Austen und Bridgerton. Und das Regency-Lab war wirklich mein absolutes Highlight dieses Jahr. Ich hatte so viel Spaß. Der Bleed war so enorm, dass ich wirklich das zu einer Art Kernerfahrung, was Lab betrifft oder was ich mit Lab verbinde, zählen möchte. Und ich habe auch mein Interesse oder meine Liebe am Nordic-Lab gefunden. Ich liebe immer noch normales Fantasy-Lab. Ich liebe DKW, DDK. Ich liebe Witcher-Lab. Gerade Cassandra und die ganzen Baden um sie herum sind ja alles Witcher-Charaktere und ich liebe das total. Ich liebe auch, dass ich meinen Charakter locker spielen kann. Aber für die Abwechslung finde ich Nordic-Lab extrem gut und ich habe eine Menge gelernt über Grenzen, über Konfliktspiel, generell über die Art und Weise, wie man einem Charakter Tiefe geben kann. Und in Bezug auf Sachen, die mir sehr gut tun und die ich gelernt habe, kommen wir zum letzten Punkt und zwar das Thema Musik. Musik im Lab ist ja komplex und es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschmäckern. Es gibt eine unterschiedliche Art und Weise Musik zu machen, ob für sich allein, am Lagerfeuer oder auf einer großen Bühne oder mit seiner Band zusammen. Und ich habe Musik wirklich als riesigen Teil, den ich jetzt mit dem Lab auch verknüpfe, für mich lieben gelernt. Weil Musik ist etwas, was mich mein Leben lang immer schon begleitet hat. Ich spiele ja seit der dritten Klasse Gitarre, aber ich habe es immer mal wieder schleifen lassen. Und das Lab hat mir Musik zurückgegeben. Ich habe mich davor eigentlich wenig für mein Instrument interessiert. Aber jetzt, wo ich viele neue tolle Freunde und Menschen kennengelernt, die ebenfalls Musik machen im Lab und in jedem Moment, wo wir zusammen Musik machen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn irgendwas, so kleine Puzzlestücke sich zusammensetzen in meinem Herzen und dann geht es mir immer total gut. Und Musik ist etwas, was ich nicht mehr loslassen kann. Und wofür ich auch meinem Charakter Kassandra dankbar bin. Weil, auch wenn es ein sehr, sehr rauer Charakter ist, ein sehr pöbliger Charakter, ein unfairer, manchmal auch gemeiner Charakter, ist Musik etwas, wo sie quasi echt sein kann. Wo sie diese pöblige und raue Fassade fallen lässt und wo sie sagen kann, hey, ich gebe euch jetzt hier ein Stück von mir, ein Stück Geschichte. Hört euch meine Lieder an und erfahrt, wer Kassandra noch ist. Und natürlich sind da auch Teile drin, die Nina betreffen und die Nina wichtig sind. Und ich liebe es halt, Balladen zu schreiben. Wer da draußen von euch schon mal Musik von mir gehört hat, der weiß das. Tatsächlich kann ich so am besten meine Gefühle in etwas reinpacken und dann singe ich das Lied und dann sind diese Gefühle quasi befreit und dann geht es mir gut. Und mit anderen ihre Lieder zu singen oder auch im Umkehrschluss, wenn andere meine Lieder singen, ist für mich etwas extrem besonderes geworden. Und deswegen habe ich diesen Punkt auch als letztes gewählt, weil er eigentlich der größte und für mich am besten anfühlendste Punkt ist. Das heißt für mich also, ich werde nächstes Jahr weniger Essen kaufen. Ich werde mich an kompliziertere Projekte wagen. Ich werde meine Sachen nicht mehr unter eine Feuerschale packen, sondern dann eben ins Zelt oder an irgendeine Schnur hängen. Ich werde mehr auf Nordic Labs fahren und da könnt ihr euch auf was gefasst machen, denn es stehen auch schon wieder einige auf dem Plan. Und ich werde die Musik noch weiter vorantreiben und noch ganz, ganz viele Stunden mit meinen einsamen Baden verbringen und Musik machen für euch da draußen, aber auch für uns. Und ja, soviel zu den Dingen, die ich dieses Jahr gelernt habe und mitnehmen möchte oder halt auch da lassen will. Wie geht es an euch? Was hat euch dieses Jahr beschäftigt? Was würdet ihr sagen, nee, das ist meine Trockenpflaume, die lasse ich auf jeden Fall im Jahr 2023? Und was ist eure Kirsche? Also wo sagt ihr, hey, das war eine so tolle Erfahrung, die möchte ich nochmal machen oder in einer anderen Art und Weise nochmal machen und deswegen nehme ich das mit ins nächste Jahr. Und was habt ihr gelernt? Was nehmt ihr mit an gelernten Dingen, an Rückschlüssen, an Reflexionen, was auch immer? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut! Vielen Dank!